Hallo ihr lieben Jazz- und Blues-Festival Besucher in Bamberg. Hier ist die Melli und der? Und der Klaus. Und der kann das natürlich nicht halb so charmant sagen wie die Melli. Aber ich lade jetzt noch alle ein, hier nach Bamberg zu kommen zum Super Blues- und Jazz-Festival. 40 Open-Air-Konzerte. Und zwar alle dank der Unterstützung unserer vielen Partner. Kostenfrei. Das ist einzigartig und etwas ganz Außergewöhnliches. In den ersten zwei Tagen hatten wir schon über 20.000 Besucher hier. Und auch in den nächsten Tagen ist es tolle Stimmung und natürlich auch attraktive Begleitung garantiert. Es gibt viele gute Gründe nach Bamberg zu kommen. Die Musik ist einer. Melli meines Erachtens der zweite Frontier. Und insoweit, jemand der das hört, ist eingeladen nach Bamberg. Ich freue mich, wenn Sie kommen. Mein Name ist Klaus Stieringer. Ich bin der City-Manager der Stadt Bamberg.